Die Frage, die sich mir auch stellt, wenn die SVP keine Transparenz bei der Parteienfinanzierung hat, keine Transparenz bei den millionenschweren PPP-Projekten in der Landesregierung, steckt da nicht etwas System dahinter? Was mich aber schon interessiert als Südtiroler hier, ist das Sittenbild, das in unserer Regierungspartei herauskommt und die Frage, ob eine Partei, die in so einem Zustand ist, überhaupt noch unser Land in die Zukunft führen kann. Ja, es geht ziemlich rund in der SVP derzeit, so sieht es aus. Die SVP und ihre Oligarchen, eine Partei, in der Hinterzimmergeschäfte an der Tagesordnung sind und die wohl zu einer echten Schlangengrube vorkommen ist, so würde man sagen. Gerade einen Tag ist es her und als eine in der FF eine Liste von bisher nicht bekannten Spendern im Wahlkampf 2018, vor allem für den Landeshauptmann, veröffentlicht worden ist. 2018 war es nämlich so, das Gesetz sah vor, dass man bis zu 5.000 Euro spenden konnte ohne Veröffentlichungspflicht. Ober 5.000 müssen die Spenden öffentlich sein. Was haben die aber gemacht? Einige hier, sie haben einfach, sie und Personen aus ihren und Unternehmen aus ihrem Umfeld, eine ganze Reihe mal 4.999 Euro gespendet und sich so de facto der Pflicht der Veröffentlichung entzogen. Nun stellt sich natürlich die Frage, das ist rechtmäßig, das konnte man machen, nun stellt sich aber die Frage, wieso will einer das verschleiern? Wieso will jemand nicht aufscheinen, der der Partei hier Gelder gibt? Zum Beispiel, mir fällt es hier zum Beispiel auf, der Erste der Liste, Kofler Georg, der Südtiroler, der mittlerweile ein Großunternehmer in Deutschland im Medienbereich ist, 50.000 Euro, die hat er gezahlt, der hat nichts zu verbergen gehabt. Dann sind alles, was Sie hier orange sehen, was Sie hier gelb sehen, sind Leute und Unternehmen aus dem Umfeld von Zeller-Unterberger oder von Hager, die hingegen zu einem großen Teil nicht aufscheinen, die jetzt erst ans Tageslicht getreten sind. Vielleicht will jemand nicht aufscheinen, weil er vorhat, mit der Landesregierung dann Geschäfte zu machen. Und es fällt darauf, dass genau diese Spender jene sind, die dann noch millionenschwere BPP-Projekte direkt in die Landesregierung gebracht haben. Da wird sich auch der Landeshauptmann ein paar Fragen gefallen lassen müssen. Entweder er weiß nichts davon, dann hat er die Partei nicht im Griff, oder er weiß davon und dann ist das doch erklärungsbedürftig. Die Frage stellt sich schon ein bisschen, inwieweit hier die Landesregierung eine Marionette in den Händen von ein paar großen Familien und ein paar Oligarchen ist. Die Frage stellt sich auch, hat hier jemand versucht, über die Finanzierung der Partei sich Vorteile zu sichern? Das sind Fragen, die sind legitim und ich hätte mir eigentlich erwartet, dass ein paar Journalisten diese Fragen auch stellen, so stellte ich sie. Ich verlange ja schon seit Wochen, dass hier einmal Klarheit geschafft wird. Und jetzt haben wir sie dank der FF. Die Frage, die sich mir auch stellt, wenn die SVP keine Transparenz bei der Parteienfinanzierung hat, keine Transparenz bei den millionenschweren BPP-Projekten in der Landesregierung, steckt da nicht etwas System dahinter? Eines kennen wir ja, das System Südtirol. Und hier haben wir ein System mit Wahlkampffinanzierungen, Zuständigkeiten der Landesräte, BPP-Projekten, eigentlich Hinterzimmerpolitik. Sogar den eigenen Parteikollegen gegenüber, denn so entnehmen wir dem Tagblatt der Südtiroler, wodurch einige in der Partei keine Ahnung davon hatten, wie viel hier Spendengelder geflossen sind und wem im Grunde genommen wessen Wahlkampf die dienen sollten. Also die sind sogar in der eigenen Partei völlig intransparent. Und heute, heute in der Früh, wurde gleich noch einer draufgesetzt mit diesem Buch von Arthur Oberhofer und Christoph Franceschini. Freunde im Edelweiß. Freunde unter ganz großen Anführungszeichen natürlich. Also wenn man hier die Kollegen als Trottel bezeichnet und als haal, dreckig und kurzig. Das steht hier drinnen in diesem Buch. Es geht hier um abgehörte Telefongespräche mit teilweise ziemlich peinlichen Aussagen. Also wer solche Freunde hat, der braucht definitiv keine Feinde mehr. Mir ist es eigentlich egal, was die sagen. Und ich verstehe auch, dass am Telefon jemand auch einmal über jemanden anders herziehen kann, weil es sind ja Gespräche, die zu zweit geführt sind und nicht in der Öffentlichkeit. Was mich aber schon interessiert als Südtiroler hier, ist das Sittenbild, das in unserer Regierungspartei herauskommt. Und die Frage, ob eine Partei, die in so einem Zustand ist, überhaupt noch unser Land in die Zukunft führen kann. In diesen Gesprächen, wenn man sich das Buch ein bisschen durchblättert, dann fällt einem eines auf, es geht nie um die Menschen. Die Menschen hier draußen, die ja derzeit gerade viel mitmachen, die Stromrechnungen, das Tanken, das Benzin, alles ist zur Teuer geworden. Wir haben eine Inflation von 6,87 Prozent. Über das man reden müsste, ist eine Gehaltserhöhung für die Leute draußen, damit die sich das Leben in Südtirol überhaupt noch leisten können. Über das müsste man reden. Und nicht darüber, wie wir den Kuchen unter Oligarchen und befreundeten, welch mächtigen Familien aufteilen und eigene Machtpositionen sichern. Südtirol gehörte nicht der SVP und ihren Oligarchen. Südtirol gehört den Leuten, die hier wohnen, die hier arbeiten, die hier ihre Steuern zahlen. Und diese Leute, die sind auch Wähler. Wir, wir haben es 2023 in der Hand, hier zu sagen, da setzen wir jetzt einmal alles auf Null und starten neu. 2023, wer daheim bleibt, ist selber schuld. Und alle anderen, wir haben die Chance, hier einen Neuanfang zu wagen. Denn so, ich glaube so, können wir nicht weitermachen. Vielen Dank.